Die kamen aus dem Krieg in Kosovo. Normalerweise würden die sich hassen. Und die sind alle zusammengekommen, um Gott anzubeten. Das war Sonntagmorgen. Und wir hatten drei säkuläre Sender, die einfach nur diese Begebenheit gefilmt haben. Sie konnten das nicht glauben, dass wir so viele junge Menschen zusammen hatten, ohne einen neuen Krieg zu entfachen. Und dann hatten wir das Abendmahl zusammen. Ich war der Älteste. Ich war der Älteste als jeder, der da war. Und ein Kosovarer stand auf. Und er ist bis nach ganz vorne gekommen. Sie haben diesen Becher genommen und das Brot. Und sie sind rübergegangen zu den Serben. Und sie haben um Vergebung gebeten. Und sie haben ihn gebeten.